Und dann Moinzen zu Teil 2 dieses Audio-Dreiteilers diesmal, zumindest in meiner Chronologie, in meinem Kopf, sag ich mal. Ihr könnt es ja in Reihenfolgen gucken, wie ihr lustig seid. Hier VfB News, letztes Mal waren es die Protestaktionen und das nächste Video dazu natürlich noch zur Vollständigkeit natürlich Mainz und vor dem Spiel gegen Darmstadt. Aber jetzt hier VfB News, auch hier wieder mich daran versucht, ein bisschen Struktur reinzubringen, ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ein paar kleinere, knackigere Themen im Vergleich zu dem längeren Part sind Protestaktionen zum Beispiel auch. Nummer 1 ist Haraguchi, der war ja auch gegen Ende des Transferfensters nochmal ein Thema, Thema Abgang. Hatte wohl ein Angebot von Magdeburg vorliegen aus der 2. Liga, zwei Vereine aus der Schweiz wurden uns auch noch berichtet. Bleibt nun, Vertrag ist ja eh nur noch bis Sommer, wird auch nicht verlängert, darum geht es ja auch gar nicht. Aber er bleibt jetzt nun da, kein Abnehmer gefunden, weiß ich, woran es lag, an, keine Ahnung, Angehalt, an, was weiß ich was, an, ja, irgendwelchen anderen Bedingungen, die er hatte, an irgendwas, was die Klubs nicht zusammengekommen sind, ne. Viel Geld hat er eh nicht bekommen für Haraguchi, deswegen finde ich es auch nicht so schlimm. Viel spielen wird er jetzt sowieso nicht, ne. Er hat einen Kaderspieler jetzt natürlich auch, nachdem der Hut kam und sowas, ne. Und auch ein Grund, auch da ist noch schön, das kann man ihm beglückwünschen auf jeden Fall, ist die Geburt des ersten Kindes bei Haraguchi. Bayern und Führig, da gab es ein interessantes Gerücht aus dem Bild-Podcast eben zu den Bayern, weil als noch Braco da war und auch Neppe noch da war, war wohl Führig richtig auf der Liste bei den Bayern. Ich meine, sie sind ja immer daran orientiert, so ein bisschen, oder waren es zumindest, immer die besten deutschen Spieler da zu haben bei sich, eine deutsche Nationalspieler zu haben als größter Klub in Deutschland und so weiter und so fort. Da wären sie wohl auch reingegangen beim Aufstrebenden Führig oder noch Aufstrebenden Führig. Jetzt gerade ist er ja wirklich auf dem, glaube ich, raus aus Aufstrebens, sondern eben einfach schon auf einem geilen Niveau plus noch weiteres möglich. So, da wären sie vielleicht sogar reingegangen, ist jetzt nicht passiert, auch gut so für uns, das hat dann seinen Vertrag ja verlängert erst vor kurzem. Gerasi und Bayern haben wir direkt das Nächste und vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber das wäre so ein bisschen der Klassiker, weil auch da unsere immer größer werdende Rolle, finde ich, kann man auch hier so ein bisschen ablesen. So dieses schon vor Saisonende und so und immer wieder reingestreut, so zwischen der Saison und sowas, solche Gerüchte, Psychospielchen, sag ich mal, wie es oft zwischen Bayern und Dortmund war. Das Götze-Ding und so weiter und so fort. Damals, die Bayern sind wohl im Sommer sehr an Gerasi interessiert, so sehr, dass sie diese 20 Minuten Klausel, die es ja geben soll, im Sommer wohl ziehen wollen. Muss man abwarten, viel zu früh dafür, darum geht es ja erst Richtung Sommer dann. Aber schon wild, dass solche Gerüchte jetzt schon irgendwann Mitte Februar kommen. Wie gesagt, ist noch Ewigkeiten hin bis zum Sommer und du musst noch abwarten, wo beide Vereine die Saison beenden tabellarisch, weil das ist ja auch ein Thema, wir können ja hoffentlich im Normalfall, wie immer man es formulieren will, ohne abgehoben zu klingen, können wir ja hoffentlich Argumente liefern, wenn wir ihm beispielsweise einen Stammplatz in der Champions League bieten können, einen Stammplatz in der Europa League bieten können, europäisch irgendwo, dann gibt es wenige oder weniger Argumente, außer eben die Bayern stellen das System um, weil das ist schon ganz klar rausgekommen, das ist die Haltung, kennen wir glaube ich von Gerasi auch schon, auch in anderen Transferfenstern, der stellt sich nirgends als Nummer zwei irgendwo hin. Dann müssen sie bei Bayern irgendwie Doppelsturm spielen, irgendwas in der Form, auch generell bei anderen Klubs, Champions League-Clubs, der will jetzt nicht einfach zu irgendeinem Champions League-Club gehen, um halt dort zu sein und Stürmer Nummer zwei oder drei zu sein in Rangenfolge. Wenn er irgendwo hingeht, irgendwo ist, dann wird er Stürmer Nummer eins sein, das kann ja bei uns aktuell sein, zusammengepaart mit Undaf, deswegen sehe ich gerade nicht die größte Gefahr für den Gerasi-Abgang zu den Bayern im Sommer. Gerasi-Abgang generell natürlich generell, auch wegen der Ausstiegsklausel, die so billig ist, mal gucken, wer die Saison noch zu Ende spielt in Sachen Tore und so weiter, aber ja, das Gerücht Gerasi-Bayern gibt es gerade, würde ich aber erstmal noch ein bisschen nach hinten schieben, das Ding. Ausstiegsklauseln hatte ich schon mal angesprochen in einem anderen Video, jetzt gab es ein bisschen mehr Konkretes, die bleiben natürlich immer ein großes Thema, auch rund um die Vertragsverlängerung logischerweise, auch das wird natürlich alles nur aus Berichten, der VfB vermelde da natürlich nichts offiziell, die sagen jetzt nicht so, wir haben Führig verlängert und so hoch ist die Ausstiegsklausel, macht ja keiner. Der Kicker hat berichtet nun, schauen wir mal rein, gilt wohl eine Range quasi für alle. Waldemar Anton, Hiroki Ito, Enzo Mio und Chris Führig, brauche ich eigentlich auch nicht sagen, aber der Vollständigkeit, Pretlo wurde auch verlängert, Stenzel auch, klingt da auch da recht klar raus, dass sie keine haben, ist glaube ich auch jetzt ohne die jetzt irgendwie abwerten zu wollen, aber bei denen sollte glaube ich auch klar sein, warum es da keine gibt, oder warum es bei den Spielen, die jetzt gleich dann eher eine Ausschussklausel gibt, als bei denen Waldemar Anton, Hiroki Ito, Enzo Mio, Chris Führig. Wie gesagt, alle können laut dem Bericht den Verein ab einer Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro verlassen. Gehen wir es mal einzeln durch, 25 und 30 Millionen, irgendwo in dem Bereich, vielleicht auch einen Tacken drüber, wenn sie schreiben zwischen und. Bei Anton, schon mal gesagt, finde ich super, weil auch das, das zieht halt normalerweise keiner so einfach. Anton ist nicht mehr dieser Status von Riesentalent und Alter und keine Ahnung, generell glaube ich auch das Ansehen vom Spieler, sag ich mal, in dem Sinne, dass er eigentlich auch schon längst Nationalmannschaft spielen müsste und so und das haben halt auch nicht so viele auf dem Schirm wie irgend so ein krasses, aufstrebendes Talent und so, das vielleicht noch ein bisschen mehr Tamtam um sich rum hat, hat Anton ja nicht. Der liefert einfach ab, der Mann, unser Kapitän. Das ist halt so ein Thema von, das wäre er uns intern wert. Das ist so ein Endo-Ding, auch der, weil er vom Marktwert im Leben keine 20 plus 5, oder was wir da jetzt bekommen haben, Wert vom Marktwert, auch noch ein Jahr Vertrag. Aber uns im Verein, uns in der Mannschaft und so weiter, ist er das wert. Da entspricht er diesem Wert von 25, 30 Millionen, aber auf dem Transfermarkt normalerweise nicht. Also sehe ich da absolut keine Gefahr eigentlich erst mal, dass irgendwer für Anton das auf den Tisch legt. Bei Ito finde ich es auch in Ordnung grundsätzlich. Potenziell ist natürlich ein bisschen mehr drin. Das ist das Riesenangebot von Saudi-Arabien da, mit diesen 39 Millionen. Aber das ist auch eher der Sonderfall, das so ein Klub anbietet, plus zu so einem Klub, zum Glück. Guter Mann auch da nochmal. Will er ja nicht hin. Und aus Europa wird da glaube ich keiner, ist ja sowieso ein Thema, bietet ja kein Mensch drüber. Wenn es eine Ausschussklasse gibt, bietet ja kein Mensch über die Summe. Ist ja auch schon mal klar. Schon versuchen immer eher nochmal ein bisschen drunter zu bleiben, unter der Summe. Oder halt genau die zu bezahlen. Aber auch bei Ito finde ich es völlig in Ordnung, finde ich okay. Da ist vielleicht ein bisschen mehr drin, wenn man die Ausschuss nicht hat und frei verhandeln kann. Aber da kann glaube ich kein Mensch groß meckern oder keiner weint, glaube ich, in Stuttgart, wenn man für den 25 bis 30 Millionen bekommst. Bei den ganzen Spielen hier auch generell immer zu sagen, als Talente geholt mehr oder minder oder viele als Talente geholt. In Ito ist ja ein Gesamtpaket von 500.000 aus der zweiten japanischen Liga. Du verkaufst irgendwann weiter für bis zu 30. Kann am Ende des Tages keiner großartig meckern. Mio ist das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen, ja, auf die Zukunft gesehen, das vielleicht ein bisschen höher hätte sein dürfen. Aber da eben auch das Thema vom Potenzial her. Wenn dir jetzt irgendwer 25 bis 30 bietet, ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung eigentlich. Aber eben U21 Frankreich und so Geschichten, wenn der so weitermacht, dann ist der vielleicht, wenn man frei verhandeln könnte, auch noch jung und alles, ist der vielleicht mehr wert als 30. Aber auch da wieder, ist auch keine Summe. Wenn du 30 Millionen für Mio kriegst, ist das, glaube ich, keine Summe, wo man irgendwie weinen müsste drüber oder sich beschweren müsste großartig drüber. Auch der, für was kam der von Monaco, von Mislintat damals, 1,75 Millionen oder sowas. Auch da kannst du halt nicht meckern in der Gesamtbetrachtung. Führig, finde ich, auch völlig in Ordnung so. Der ist ja auch schon einen Tacken älter, sag ich mal so. Auch der ist so ein bisschen wie ein Anton, sehe ich irgendwie einfach nicht so vom Attraktivitätslevel her und sowas. Keine Ahnung, für den Spieler auf dem Marktwert, dass dem irgendwer 40 Millionen hinterherwerfen würde. Deswegen auch da 25 bis 30, finde ich auch bei ihm völlig in Ordnung. Von dem her gehe ich damit eigentlich in Ordnung mit diesen Dingen. Wenn das so stimmt, dass es irgendwo in dem Bereich liegt für die vier Jungs. Dazu, ein Punkt davon ist ja auch, dass du auch nie genau weißt, wie das läuft. Ab wann gilt die? Mio ist ja zum Beispiel ein Thema, dass er wohl erst ab Winter, also Winter dann 24, 25, Winter Transferfenster, dass es erst ab da gilt. Also im Sommer kannst du auch noch frei verhandeln. Jetzt wollen wir da irgendwann die Lage. Es wird ja eh alles nochmal ein bisschen klarer, wenn es dann in Richtung Transferfenster geht und dann irgendwer es ziehen könnte. Dann kommen immer mehr Berichte, wie es jetzt aussieht, bis wann die Deadline ist. Das Thema Gerasi hatte auch im Sommer eine, hatte auch im Winter eine, ist immer geblieben. Und auch bei ihm ja auch, darüber hinaus, dass er geblieben ist, immer in der Hälfte, ab der Hälfte von dem Transferfenster war vorbei. 15. Januar zum Beispiel war ja vorbei, so um den Dreh. Und danach könntest du wieder frei verhandeln. Also kann ja auch gut sein, dass bei einem Hiroki Ito oder sowas, wenn die im Sommer gilt, dass die halt nur bis Mitte August gilt. Oder wann ist das Transferfenster? Was man geht denn? Das glaube ich schon bis Ende August. Und dann ist die halt Mitte August wieder vorbei. Und wenn du ihn bis dahin halten kannst, dann kannst du danach wieder frei verhandeln ohne Ausschickslausel. Das sind immer so kleine Details, von denen du ihn ja auch nicht genau weißt. Auch in Gerasi oder so hieß es ja mal, dass er einen Tacken teurer wird für Klubs, wenn sie aus dem obersten Regal kommen, wie Man City und sowas. Auch das sind dann so kleine Kleinigkeiten in diesen Verträgen und Ausschickslauseln, die man eben noch nicht so genau weiß. Und das ist der große Punkt bei allen besser, dass es besser ist, die jetzt zu halten mit den Ausschickslauseln, die, wie gesagt, grundsätzlich in Ordnung sind, anstatt sie noch mal zu verlieren. Anstatt, dass du jetzt sagst, ein Führig hat noch Vertrag bis 25, dann kommt jemand jetzt im Sommer 24 ohne Vertrag. Also mit einem Jahr Restvertrag, kommt jemand im Sommer zu Führig, da kriegst du nicht mehr als 15 Millionen für den wahrscheinlich. Also alles besser als das. Oder im schlimmsten Fall bleiben sie dann auch da und sowas und gehen dann ablösefrei im Sommer 2025. Also das ist absolut alles besser als das. Stark, dass wir die verlängert haben, auch Zeichen beizuspielern. Ein Anton, Ito schon ein bisschen länger verlängert. Ein Mio, gerade auch ein Führig, dass er noch vor einer EM, zu der vermutlich mitfährt und nochmal dick sich ins Schaufenster stellen kann. Das hat er davor noch verlängert. Deswegen sehr, sehr stark. Und auch das, was ja auch so ist, hat ja auch Wohlgemuth so nochmal formuliert, jetzt eben erst vor kurzem. Wir haben noch nicht den Stand, um Verträge, also als VfB Schuttgart haben wir noch nicht den Stand, um Verträge ohne Ausschicksklauseln, ohne solche Zugeständnisse abzuschließen. Das ist ja einfach so. Vor der Saison ging jeder davon aus, dass wir damit happy sind, dass wir auch fast 14 enden oder sowas. Wir kamen aus der Relegationsspielzeit-Saison. Ich glaube, auch das wieder Thema, wann die Verträge gemacht wurden. Bei Gerasia zum Beispiel, Vertrag wurde unterschrieben an dem Tag, bevor wir gegen Hamburg gespielt haben. Ein Tag vorm Hinspiel der Relegation. Also da die Zeitpunkte auch mal mit reinnehmen, wo die verlängert haben. Deswegen generell top, dass wir verlängert haben. Ablössum gehe ich komplett fein mit. Klar, Gerasia natürlich, ich habe jetzt hier nichts explizit mit drin, aber der natürlich mit am schadesten sollte er denn gehen überhaupt mit den 20 Millionen, weil da einfach mehr drin wäre, weil der auch die Liga zerschossen hat, wie es auch in dem Maße nicht zu erwarten war. Deswegen Ausschicklauseln tut natürlich ein bisschen weh, aber müssen wir halt machen die Zugeständnisse, lieber halten. Und den Bereich, den wir jetzt hier hatten beim Kicker, 25 bis 30 Millionen für die Spieler, kann man, glaube ich, auch über keine Summe großartig weinen oder irgendwas nachweinen, wenn sie dann dafür irgendwann gehen sollten überhaupt. Legt am Ende, sage ich es immer noch an ihnen, ob sie den Verein überhaupt verlassen wollen. Milosevic verliehen, der hat den Verein verlassen, aber nur kurzzeitig. Transferfenster war ja noch woanders offen, auch woanders noch länger offen. In der Schweiz eben bis zum 15. Februar, soweit ich weiß. Und damit konnte der VfB den nächsten Stürmer verleihen, kommen wir gleich noch dazu. Milosevic, 18 Jahre, Sturmtalent, kam im Sommer, nun eben verliehen, bis Saisonende nach St. Gallen. Und da ist so fast ein bisschen Farmer-Klub von uns, da waren schon einige Spieler. Magliza war dort, der jetzt ja auch dann wieder zurückgekauft wurde, dann wieder nach Darmstadt ausgeliehen und da auch jetzt gekauft wurde schon. Ich glaube, Münst war auch dort, ich glaube, noch ein, zwei weitere auch. Also scheint eine gute Adresse zu sein, spielen auch oben mit in der Schweiz da. Vielleicht schon ein paar VfBler dort gewesen, deswegen wird man auch schon. Ein paar Erfahrungswerte haben. Bei uns ja ehrlicherweise wenig bis keine Chance. Kannst vielleicht mal sagen, in so Spielen wie in Gladbach war es, glaube ich, vor allem, warum schmeißen wir mal nicht rein? Noch die letzten fünf bis zehn Minuten oder so, ist ja auch nie so oft passiert. Aber wenn sie jetzt eben wieder fit sind, Gerasi, Undaf, da ist kein Vorbeikommen. Dazu, wenn es ganz schlimm läuft, die sich verletzen, stellst du ein bisschen um, dann kannst du auch einen Leveling vorne reinstellen. Ein Silas im Zweifel auch noch vorne reinstellen als Stürmer. Also ist schwer für ihn da wirklich groß an Spielzeit zu kommen. Plus eben, der kann ja wegen seiner Staatsangehörigkeit da nicht irgendwie bei der VfB U21 spielen. Da ist auch da keine Spielpraxis möglich. Also auf jeden Fall gut hinzuverleihen, glaube ich, aus der Situation raus. Wurgemut sagt auch, dass hier Entwicklung nach deren Empfinden nach Plan läuft. Gibt auch schon mal ein gutes Gefühl eigentlich. Also passt das erstmal. Dann eben natürlich ein Thema für den Sommer so rum, dass du echt gucken musst, wie viel du verdienen hast. Ganz generell, aber eben sehr viele von den verdienen Spielern sind ja Stürmer. Was kommt da zurück? Da kommt ein Fahir zurück, kommt ein Pfeiffer zurück, kommt ein Perea zurück, kommt ein Sanko zurück, Milosevic kommt zurück, Casanaras kommt zurück. Also, wenn du jetzt wirklich im Sommer europäisch spielst, kommen wir später nochmal drauf, Rechnungen und so, Hochrechnungen und so Geschichten, europäisch spielst, Champions League, EuroLeague, irgendwas spielst, im besten Fall und darf kaufen kannst, kommen auch gleich dazu. Und wenn du Gerasi vielleicht sogar halten kannst, gibt es ja für gar keinen da irgendwie einen Vorbeikommen im Normalfall. Also da wird, glaube ich, echt entweder wieder eine große Leiharmee losgeschickt im nächsten Sommer oder ein paar Leute versucht abzugeben. Davon hat wirklich wahrscheinlich keiner wirklich eine große Zukunft, wenn jetzt eben diese Startelf zumindest mal bleibt. Vielleicht Kaderplatz 3, 4 natürlich möglicherweise oder nochmal die zweite Mannschaft oder sowas. Genauso auch nochmal eine Möglichkeit. Dann gehen wir weiter. Dennis Undaff, Player of the Month. Letztes Mal geht es auch um die Wahl dazu. Nun ist es schon durch. Er ist jetzt schon der Sieger geworden. Spieler des Monats der Bundessieger im Januar. Dennis Undaff, die Maschine, wird dann wahrscheinlich auch gute Chancen haben auf den im Februar, weil es ging ja bis zum Leipzig-Spiel, wo er drei Hütten gemacht hat. Das Freiburg-Spiel war ja schon im Februar, wo er auch wieder an vielen Toren beteiligt war. Deswegen, vielleicht geht da noch was. Natürlich ein paar Spiele auch noch zu gehen, Darmstadt und so weiter. Jetzt auch wieder getroffen gegen Mainz 05. Und der hat jetzt eine schöne Karte bekommen dafür. Auch natürlich ein EAFC und ein recht machbarer SPC. 83 Tempo, 91 Schuss. Geiles Ding auf jeden Fall. Thema bei ihm natürlich dann auch wieder Sommer und die Kaufoption. Die wird ja wohl, wenn wir wirklich tabellarisch und sowas da oben bleiben, wohl auf bis zu 20 Millionen einsteigen, so wie es berichtet wird. Natürlich viel Geld, klar. Aber ich denke mal, jetzt so ganz naiv gesagt, das musst du einfach machen. So, wenn du wirklich europäisch spielst, die wirklich ein bisschen weiterentwickeln willst, da bleibe ich auch dabei. Habe ich glaube auch schon ein paar Mal gesagt, du musst generell darauf achten, Thema, keine Ahnung, Transferfenster wie in den Reschke nach einem Platz 7 Rückrunde mit Korkut und sowas, dass du nicht komplett überdrehst. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen beim VfB im Sommer, was sie da so anstellen wollen. Aber man hat wie ein Unterf, auch wenn er schon einen Tacken älter ist, von dem Niveau für das Geld, wenn der jetzt wirklich die Saison irgendwo in Richtung 20 plus Saisontore und dann auch einige Vorlagen beendet, dann musst du das machen für das Geld. Dann ist das Geld auch wert auf jeden Fall. Plus das Geld sollte man auch hoffentlich in irgendeiner Form haben. Sei es die Champions League, Europa League Kohle, irgendwas davon, sei es ein möglicher Gerasie-Abgang, sei es ein möglicher Silas-Abgang, den ich mal angesprochen hatte mit den 20 Millionen, die ja genau so wären quasi. Natürlich kannst du nicht eins zu eins gegenrechnen, nochmal ein anderes Thema in den Finanzen, aber das sollte schon irgendwie drin sein und sollte eigentlich auch dann der nächste Schritt sein, so ein bisschen zur Entwicklung, dass du solche Spiele immer noch halten kannst darüber hinaus. Und vielleicht, ey, wenn er so krass ist und so krass weiter performt, im schlimmsten Fall zahlst du halt die 20 Millionen und irgendein anderer verrückter Klub kommt und bietet dir 30, 40 Millionen für Undaff. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, dass du einfach sagst, jo, eigentlich haben wir die Kohle nicht, aber wenn wir ihn jetzt einfach ziehen und neue Kohle einnehmen, dann passt das wieder. Ist vielleicht auch eine Option im Sommer, musst du eben einfach alles mal ein bisschen abwarten noch bis Saisonende, Tabellenplatz und so weiter. Das ist natürlich auch alles sehr, sehr abhängig davon. Höhnens auch gesagt, dass man wohl bereit ist, ans Äußerste zu gehen, aber natürlich auch da wieder abwarten muss und finanziell clever agieren muss. Und da fühlt sich total wohl, hat er auch schon oft gesagt, man ist eine Einheit geworden hier, Fans sind der Wahnsinn, das feiert er ja auch komplett, wir feiern ihn komplett, geiler, ehrlicher Typ, offener Typ. Und zum Schluss, was EAFC angeht, kriegt wohl auch noch Mio dann heute Abend, wenn es online ist, ist vermutlich schon durch, Mio auch noch eine Future Stars Karte. Also mittlerweile ist echt so dermaßen viel drin und mit den Evolutions, Inform, Special Karten, Player of the Month, Future Stars jetzt, kannst echt einiges anschauen mit VfB-Karten, was auch sehr, sehr geil ist für FIFA-Zocker, für EAFC-Zocker. Mal davon abgesehen, dass das Spiel seit Jahren schlechter wird vom Gameplay und so weiter und so fort, ist ein anderes Thema. Aber einfach allein das Team da hinstellen zu können mit ganz viel VfB-Action ist, glaube ich, schon ganz geil. Und letzter Punkt ist noch, Wolfsburg verkauft tatsächlich, habe ja oft von der Hoffenheim-Invasion gesprochen, unser Auswärts-Support ja sowieso ultra stark, ich habe es ja zumindest in der Saison live gesehen, im Pokal und so Geschichten, in Mainz war es richtig geil, auch da schon viel mehr verkauft als der Auswärts-Borg. Freiburg war bockstark, jede Woche aufs Neue, hier Platz 3 oder so, Platz 4, glaube ich, was das angeht im Schnitt, was die Auswärts-Fans angeht in der Bundesliga, also bockstark, wie immer, auch schon in abstiegsgefährdeten Jahren immer so gewesen, natürlich jetzt nochmal ein bisschen mehr. Auch in Wolfsburg, darauf wollte ich hinaus, kündigt sich so ein bisschen eine kleine Invasion an, tatsächlich. Aufsburg wurde auch schon erweitert, da ist schon alles weg und dazu leitet der VfB jetzt sogar schon offiziell auf seiner Ticket-Seite in den Wolfsburger Shop, weil da gibt es einen freien Verkauf. Auch da wieder wie Hoffenheim, da haben wir ja auch den freien Verkauf komplett auseinandergenommen, da ist wirklich alles weg, stand jetzt und da werden auch quasi keine Karten mehr frei, das wird komplett vogelwild da in quasi einem Monat, ein bisschen länger, noch ein paar Tage länger. Aber in Wolfsburg gehen auch schon gut ein paar Blöcke weg, neben dem Auswärtsblock, das heißt, da könnten es echt auch ein paar Fans werden, ich kann es nicht gut einschätzen, irgendwie 4.000, 5.000 Fans plus oder so, könnte das vielleicht echt sogar werden in Wolfsburg. Mal sehen, also auch dafür, die vielleicht noch Bock haben, nach Wolfsburg zu fahren, ich vermute mal eher nicht, wird wieder einen Stream geben von mir dann zu dem Spiel, zum Auswärtsspiel, aber wer da Bock hat hinzufahren, gibt noch Tickets über den Wolfsburg-Verkauf neben dem VfB-Block. Das Spiel ist ja auch Top-Spiel-Ansetzung, 2. März, 18.30 Uhr, wer da ein Interesse hat. Und damit bin ich durch mit dem VfB-News, wie immer gerne eure Meinung, eure Anmerkungen, alles zu den Themen, die ich angesprochen habe, ganz klar und ganz gerne in die Kommentare. Auch hier wie immer alle Links, Quellen, whatever, im Summellink in der Videobeschreibung, auch das ganz klar, wie immer auch gerne kostenlos Like-Up unterlassen, auch wie immer Musik ansprechen, ist wichtig für den Kanal, deswegen gerne machen. Und dann würde ich sagen, auch hier wieder natürlich viel mehr Danke fürs Zuhören, als fürs Zuschauen, aber trotzdem, weil es mein Outro ist, vielen Dank fürs Zuschauen, gerne den nächsten Teil noch angucken, die zwei anderen Teile noch angucken und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.